Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News der letzten Tage. Los geht's! Suniverse und Landex gehen eine Partnerschaft ein. Das teilten beide am 1.8. mit. Damit wird Zoom-Token auf Landex gelistet sein. Das ist eine gute Nachricht und baut Vertrauen für Landex aus, da in der Vergangenheit die Community nicht immer positiv auf Landex zu sprechen war. Wenn die Shimmer RGM startet, kann man dann auf Landex loslegen. Build5 veröffentlicht den dritten und letzten Artikel ihrer kleinen Serie. Dieses Mal geht es um die künstliche Intelligenz und die Grenzen der zentralisierten KI und die Entwicklung hin zu dezentralen KI. Zentrale KI-Modelle wie ChatGTP erfordern große Datenmengen in der Cloud, stoßen jedoch auf Skalierungsprobleme. Die Anzahl der Parameter in Modellen wie GPT-4 erreicht ihre Grenzen. Dezentrale Ansätze wie das Federated Learning, FL, ermöglichen ein Training der KI auf verteilten Geräten mit privaten Daten und geteilter Rechenlast. Der Build5-Ansatz integriert Web3-Technologien in modernen Anwendungen und löst Herausforderungen wie Data Deserts. Hierbei handelt es sich um Bereiche mit eingeschränkten Datenverfügbarkeit. FL, vertrauliche Berechnungen und die IOTA Blockchain bieten eine Lösung, in dem die Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen stärken. Icecream Swap implementiert das Schimmertestnet. Damit kann man die Plattform mit dem Schimmernetzwerk testen, außerdem reiht sich eine weitere Swapping-Plattform in unsere Reihen ein. Icecream Swap ist eine Multi-Chain-Defi-Plattform. Auch hier geht es dann gleich los, wenn Schimmer EVM startet. Am 2.8. veröffentlicht Build5 einen weiteren Artikel und zwar über MANA Station. MANA könnte als GAS für Smart Contracts dienen und wird über innovative MANA Station gehandelt. Diese Plattform ermöglicht Smart Contract-Erstellern und Nutzern den Kauf und Verkauf von MANA für Smart Contract-Ausführungen auf dem IOTA Tangle. Die MANA Station fördert ein ausgewogenes Ökosystem, in dem sie Node-Betreiber belohnt, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Dieses Konzept stärkt das IOTA Netzwerk, fördert Revenue-Generierung und unterstützt das reibungslose Funktionieren von Smart Contracts auf IOTA 2.0. Build5 trägt somit maßgeblich zur Entwicklung und Nutzung von IOTA 2.0 bei. Auch die Product Page ist nun online. Virtue hat ihr erstes AMA auf YouTube veröffentlicht. Das ganze dauert 40 Minuten. Dabei wird das Projekt vorgestellt, der Unterschied zwischen Deeper und Virtue geklärt und die geplanten Tokonomics, die bald veröffentlicht werden. Schimmer veröffentlicht einen Artikel über das Yield-Farming, welches schon vom ICCD in Oktober 2022 veröffentlicht wurde. Am 4.8. zeigt die IOTA Foundation ein Report mit dem Titel Bringing Clarity to the DeFi Sector, welches die Meinung der Industrie und Wissenschaftler darstellt. Eine der Definitionen ist wie folgt. DeFi bezieht sich auf ein neues Finanzsystem, das zentralisiert arbeitet und keine Zwischenhändler benötigt. Es nutzt Technologien wie Distributed Ledger Technologies und Smart Contracts, um sichere und transparente Transaktionen zu ermöglichen. DeFi zählt darauf ab, absolute finanzielle Freiheit zu schaffen, indem es universellen Zugang bietet und die Nutzer befähigt, ihre finanziellen Aktivitäten selbstständig zu verwalten. DeFi basiert auf dem Prinzip der vertrauenslosen Interaktion und ermöglicht die Durchführung von Transaktionen ohne blindes Vertrauen in zentralisierten Behörden. Darüber hinaus dezentralisiert DeFi die Verwaltung von Finanzdienstleistungen und macht sie unabhängig von bestimmten Gerichtsbarkeiten, was ein globales und grenzenloses Finanzökosystem ermöglicht. Deeper Finance startet wieder überarbeitet und auf den neuesten Schimmer IVM Testnet. Alle, die wieder fleißig testen wollen, können das gerne wieder machen. Die Test-Token stehen euch frei zur Verfügung. Vivispot.com startet den Handel mit IOTA und das Beste daran, man kann gleich mit Euro zahlen im SEPA-Verfahren. Das haben sich viele gewünscht. Die Gebühren sinken, desto größere Beiträge ihr kauft. Gerne könnt ihr meinen Link benutzen und den Kanal hier indirekt unterstützen. Dominic Schiner wurde als Sprecher auf der Cardano Summit 2023 eingeladen. Diese läuft vom 2. bis 4. November. Außerdem schreibt Dominic, dass es große Pläne gibt, Schimmer, IOTA und Cardano zusammenzubringen. Hans Moog veröffentlicht auf X den zweiten Teil seines großen Plans. Der zweite Teil des Updates erklärt die Verwendung des reaktiven Pakets zur Beseitigung von Problemen durch externe Propagationslogik. Durch die Nachbildung von Zellkommunikation wird eine Komponente geschaffen, die Werte hält und atomare Updates sicherstellt. Die Möglichkeit von Transformation erlaubt Anpassungen an externe Reize. Abgeleitete Variablen können dynamisch ihre Werte berechnen. Der Code für den Tip-Manager zeigt die Anwendung dieser Konzepte. Durch klare Transformation werden Algorithmen verständlich und Fehler können lokalisiert werden. Die Modularität der Logik ermöglicht Anpassungen ohne bestehenden Code zu ändern. Probleme mit Propagationsbedingungen werden durch automatische Stops der Propagierung gelöst. Nakama Labs veröffentlicht einen Artikel über Stablecoins und geht dabei mehr auf Virtue und dem VUSD ein. Neuigkeiten gibt es dabei nicht, es ist eher eine Zusammenfassung von allem, was wir bisher auch schon wissen. Die ETHO-Gruppe beabsichtigt ViviSwap in ihre Anwendung zu integrieren. Da ViviSwap Mikrozahlungen ohne umfassende Identitätsprüfung anbietet. Dabei spielt IOTA eine wesentliche große Rolle, als der Text besagt. Das bestätigt Benjamin Bönisch via Ex auf einer Nachfrage von Linus. Völlig überraschend kam eine Nachricht von Binance. Man kann nun IOTA als Sicherheit hinterlegen. Farming startet auf IOTABI. Der kleine Test dauert 156 Stunden, was knapp eine Woche entspricht. Hier könnt ihr Soon und Schimmer hinterlegen und farmen. Nach dieser Nachricht hat IOTABI gemeldet, dass das Schimmer-IWM-Testnet Fehler hat und der Launch vor es verschoben wird. Ein paar Stunden später wurde diese Nachricht revidiert, weil das Netzwerk perfekt lief. Christoph hat am 9.9. ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Gaia-Ex Technical Implementation Architecture. Dort ist IOTA zweimal erwähnt worden, wie auch von WOM es gefunden hat. Als erstes für DID und als zweites für komplexe DIDs. Assembly darf natürlich nicht zu kurz kommen. Bis zum 9.9. wurden 848 Millionen ASMB ausgeschüttet. Es verbleiben noch sieben Tage in der aktuellen Runde 6 von 8. Am 7.8. wurde noch ein Paper mit dem Titel Reality-Based UXO-Ledger von Sebastian Müller, Andreas Penskofer, Nikita Poljanski, Jonas Theis, William Sanders und Hans Moog veröffentlicht. Ich zitiere, Das UTXO-Modell, Unspent Transaction Output, wird in der Distributed Ledger Technology, DLT, verwendet, um Werte zwischen Teilnehmern zu übertragen. Ein Vorteil davon ist, dass Transaktionen parallel verarbeitet werden können, da unabhängige Transaktionen in beliebige Reihenfolge hinzugefügt werden können. Dieses Merkmal ist gut für die Skalierbarkeit. Allerdings wird dieser Vorteil im UTXO-Ledger-Modell durch konkurrierende Transaktionen beeinträchtigt. Wir schlagen ein verbessertes UTXO-Ledger-Modell vor, das das Ledger optimistisch aktualisiert und mögliche Konflikte verfolgt. Wenn es einen Konflikt gibt, haben wir eine Methode, um das erweiterte Ledger auf ein einheitliches UTXO-Ledger zu reduzieren. Und während wir hier alle auf etwas warten, gibt es hier die Zusammenfassung aller weiteren Updates rund um die Technik. Die Firefly Desktop Shimmer App wurde auf 2.1.5 Beta 1 geupdatet, die IOTA Wallet auf 1.73 Beta 1. 100 gibt es jetzt als Version 1.2.6. Die Pre-Release Version erreicht RC7 und die Legacy Version 0.5.10. Die Shimmer EVM 070 Alpha 12. Auch die Parameter-Taskforce gibt ein großes Update bekannt. Das war's mit dieser Folge Probably Nothing. Es passiert ganz viel Neues. Tolle Entwicklungen und Partnerschaften erwarten uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.